Ja, halli hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country. Funkys Flügel, was hat es damit auf sich? Schauen wir doch mal. Hey ihr Blindgänger, ich bin's, der Funky Kong. Cool. Mein cooles Shumbo-Fast kann euch zu jedem Punkt der Insel hinbringen. Oh, da schiebe ich lässig die Sonnenbrille hoch, ich bin so cool. Allerdings nur an Orte, an denen ihr vorher schon mal aufgetreten seid. Ha ja! Alles klar, Mann, ist doch ne starke Sache, was? Ja, ich bin total begeistert. Hm. Das werden wir jetzt natürlich nicht machen, weil es uns zum derzeitigen Zeitpunkt absolut überhaupt nichts bringt. Aber ist schon ein Knaller, der Bursche, oder? Also der Funky Kong, das ist schon ne coole Socke. Genauso wie das Knallerteil jetzt wahrscheinlich auch der totale Knaller wird. Gucken wir doch einfach mal. Erstes Gebot in der Donkey Kong Country-Reihe ist, dass man ab und zu mal nach links schauen sollte. Denn dort befindet sich manchmal was. In diesem Fall ein Fass, das wusste ich noch, mehr weiß ich nicht. Das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Naja. Kinder Country King. Jetzt mit noch mehr Serialien. Ich trinke gerade Brennnessel-Tee. Ja, diese Information muss ich einfach mit euch teilen. Brennnessel-Tee ist super. Wird von führenden Affen empfohlen, denn das hilft gegen sämtliche Affenkrankheiten, die einen Affen so plagen können. Weiß ich nicht. Filzläuse. Äh, Tollwut. Und all so eine Scheiße. Naja. Schmeckt auch immer sehr gut. Da mein Hals immer noch ein bisschen schmerzt ab und zu. Und ich ab und zu nochmal ins Husten gerate. Wie jetzt zum Beispiel. Hat mir der Onkel Doktor ein paar heiße Getränke empfohlen, um das in den Griff zu bekommen. Beziehungsweise mir gesagt, dass ich allgemein viel trinken soll. Gucken wir mal, ob das hilft. Rauchen tue ich auch kaum in der Zeit. Und das Fass, das ist doch verräterisch. Das ist doch bestimmt irgendwo ein Geheimgang. Also ich verwette meine Boxershots, dass da unten ein geheimer Eingang ist. Ich verwette sie. Und ich habe meine Boxershots verloren. Schade. Jetzt müsste ich mich eigentlich nur noch von irgendwelchen Paparazzis fotografieren lassen. Untenrum nackt. Und würde dann den Reibach machen. Leider nicht. Ich bin weder eine Frau, noch bin ich prominent. Kann also kein Geld mit untenrum nackt Fotos verdienen. Ich würde wahrscheinlich eher verklagt werden. Ah, sehr bedauerlich. Weil die Leute, diese Prominenten, die sich ja gerne mal ohne Höschen zeigen, wie Paris Hilton oder Britney Spears. Die machen das ja aus reinem Kalkül. Die wissen ja ganz genau, dass das ein gefundenes Fressen für die Medien ist. Und sie somit wieder im Licht der Mittel, was wollte ich sagen, dass sie jetzt halt wieder Aufmerksamkeit bekommen. So, mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Deutsch ist halt nicht so die Sprache, die ich am besten beherrsche. Und das lief doch mal ganz gut, das Level, würde ich mal sagen. Das haben wir ganz gut bemeistert. Geh meistert. Oh, wir kommen zu Candy Kong. Eine kleine Entspannung. Candy Speicher. Oh, Hallöchen. Ich bin Candy Kong. Und dies hier ist mein Speicherpunkt, ihr Süßen. Wollt ihr euer Spiel abspeichern und mir danach mal kräftig die... Ähm. Naja, speichern können wir ja mal kurz. Und danach können wir sie eigentlich nochmal ganz kurz vergenusswurzeln. So, wir kommen jetzt zum Endgegner. Very Naughty Skrotten. Sehr, sehr ungezogen sind diese riesigen Viecher. Oh Gott, der sieht auch schon wieder aus wie, weiß ich nicht. Also, die sehen schon so ein bisschen aus, als wenn sie geistig so ein bisschen zurückgeblieben sind. Aber der ist eigentlich nicht so schwer. Der wird halt immer schneller und wir müssen einfach nur auf den Rücken springen. Aber wahrscheinlich sterbe ich. Ne, ich habe gewonnen. Ah, war halt relativ einfach, der erste Boss. Schön, schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Und ihr habt mir geschrieben, wie dieses Delfin-ähnliche Viecher heißt. Das heißt Angard. Welch passender Name, oder? Angard. Da waren die Entwickler aber ganz besonders... Oh, scheiße, das Minabteil. Da kommt heute noch was, was ganz, ganz grandios ist. Aber noch nicht. Winkys Trampelfahrt. Ah, erstmal einen Schluck Brennnessel-Them zur Beruhigung. Hm. Ah. Schön. Soll auch gut für die Haut sein, habe ich mir sagen lassen, um damit man was dazu lernt. Brennnessel allgemein. Was ja eigentlich ein bisschen lustig ist, weil wenn man Brennnessel, so diese Pflanze halt, auf die Haut bekommt, dann brennt das halt wie scheiße. Aber die Inhaltsstoffe einer Brennnessel sollen scheinbar gut für Haut sein. Also für die Haut sein. Weiß ja nicht, Akne oder so ein bisschen. Ich habe ja keine Akne, nicht mehr. Ich hatte das auch mal als Jugendlicher. Aber die Zeiten sind vorbei. Wenn euch das zur Zeit auch plagt, keine Sorge, das geht vorbei. Aber ich habe dafür auch Tabletten bekommen damals. Naja. So, warum rede ich darüber? Ich weiß es nicht. Ich rede halt über das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Das ist halt so. So, ach ja, ich habe gar nicht kommentiert. Wir sind gerade auf einer Schildkröte geritten. Beziehungsweise wir reiten immer noch auf einer Schildkröte. Wie heißt das Vieh nochmal? Jetzt könnt ihr mir das auch wieder beantworten. Hat bestimmt auch einen sehr lustigen, interessanten Namen, den ich jetzt wieder mal nicht weiß. Aber ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Ich liebe das Vieh. Ich reite gerne auf ihm herum, weil das halt Spaß macht, ja. Ist aber glaube ich auch nicht das letzte Tierchen, was wir kennenlernen werden. Ein paar gibt es noch. Da oben seht ihr zum Beispiel eins in Gold geformt. Auch dieses Tierchen werden wir später noch reiten dürfen. Und dann haben wir das Kong zusammen bekommen. Wir müssen ja wieder ein paar Leben sammeln. Das wird später nicht leichter hier, das Ganze. Das ist auch ein sehr düster angehauchtes Level. Und wir haben es schon geschafft. Das war es schon, Freunde der Sonne. Mensch. Wenn das so weitergeht, dann bin ich überrascht bei mir. Dann bin ich Lorencrash. Oh. Ah. 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 Ich will zurück. Mann. Donkey Kong will nicht mehr. Das ist wirklich hart. Mal gucken, ob ich es mittlerweile gut beherrsche oder aber nicht. Das ist halt so eine Sache. Es ist eigentlich eine lustige Idee, dass man mit einer Lore fahren kann. Nur bedeutet das natürlich, dass ich mein komplettes Geschicklichkeitskönnen an den Tag legen muss. Und da das damit nicht weit her ist, könnte das durchaus eine schwierige Angelegenheit werden. Aber wir gucken mal, ob ich das vielleicht doch noch irgendwie gebacken bekomme. Apropos gebacken. Im ganzen Haus stinkt das nach Grünkohl, ey. Meine Oma hat sich heute dazu entschlossen, den Grünkohl einzukochen. Ja, wir haben im Garten Grünkohl. Ja, wir haben alles mögliche im Garten. Wir sind halt noch cool. Und das stinkt halt durchs ganze Haus. Ich liebe Grünkohl. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Aber ich muss es nicht eingekocht in der ganzen Bude riechen. Echt nicht. Oh. Oh. Ich rede einfach über alle möglichen Themen, während ich dieses spannende Spiel hier spiele. Und einfach mal die Tatsache ignoriere, dass es ganz schön schwierig ist. Warum sind denn jetzt auch auf den Schienen irgendwelche Sonntagsfahrer unterwegs, die mir das Leben noch zusätzlich schwierig machen? Das muss doch nicht sein. Aber wir haben den Speicherpunkt erreicht. Von daher ist das schon mal Halbzeit, würde ich sagen. Aber der zweite Part dieses Levels ist deutlich härter als der erste. Ja. Genau. Donkey Kong hat sich einfach mal dazu entschlossen, nicht zu springen. Er hat sich gedacht, ich will den Freitod. Warum auch nicht? Ich bekomme immerhin ein paar Jungfrauen. Ich bin schließlich Moslem. Nee, ist er ja nicht. Mando. So sollte man eigentlich im Christentum auch mal ein paar Anhänger locken, oder? Einfach mal sagen, es gibt Jungfrauen. Wenn man stirbt oder sich selbst in die Luft jagt, dann kriegt man halt auch Jungfrauen im Christentum. Was meinst du, wie viele Mitglieder wir jetzt auf einmal kriegen? Ach, Spaß beiseite. Ähm, ich rede auch nicht von Islam an sich. Der Islam an sich ist eine ganz normale Religion. Der Begriff Dschihad, Heiliger Krieg, wird halt nur von den ganzen Extremisten ein bisschen falsch, ähm, ja, falsch interpretiert. Im Grunde genommen heißt Dschihad, der Heilige Krieg, der Krieg mit sich selber und seinem Glauben. Und nicht, dass man alle Nichtgläubigen umbringen muss. Ähm, das ist so das, was richtige Moslems, die wirklich gläubig sind und die halt nicht auf der Schiene fahren, ich lag mich in die Luft und krieg Jungfrauen, das ist das, was die glauben. Da hatte ich mal eine Diskussion mit jemandem, der diesem Glauben angehörte. Finde ich eine sehr schöne Sache, wenn man somit Vorurteile widerlegen kann. Oh Gott! Hei, 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 der Witzker. Kennt ihr den Heidepark? Auch ein schöner Park. Auch da kann man mit so einer Holzachterbahn fahren, die ernet mir... Oh, 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 oh! Jetzt kommt da noch einer, jetzt kommt noch einer. Ich schwöre... Nein! Warum sprichst du, Didi? Warum sprichst du? Gott! Wie auch, wie lang der zweite Abschnitt auch noch ist, ne? Da denkt man, man ist kurz vorm Ende und dann geht das immer weiter. Halleluja, du! Holla die Waldfee, bück dich! Wunsch ist Wunsch! Boah! Ah, dann haben wir wenigstens das Kong jetzt komplett. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht, ne? So! Ah! Einfach ein paar Stöhngeräusche von Arcus LP. Let's stöhnen together! Ah! Let's... Hab Angst! Let's, äh, Concentration! Oh, fuck! Das hätte nicht sein gemusst. Da hätte ich ein bisschen später abspringen können. Jetzt kommt gleich die üble Passage da. Da, wo man richtig, äh, hart springen muss. Da kommt's gleich hier. Gleich kommt... Ah! Hey! Übrigens hafte ich für keine, ähm, erlittenen Hörschäden, die mit diesem LP vielleicht zustande kommen, wenn ich ab und zu mal ins Mikrofon brülle. Dafür hafte ich nicht. Da müsst ihr gar nicht erst mit dem Anwalt kommen. Das, äh, geht gar nicht. So, diesmal aber. Diesmal klappt halt aber. Ich finde das vor allem immer peinlich, wenn ich solche Spiele spiele und mir dann irgendwelche anderen Let's Plays angucke von Leuten, die das dann irgendwie super toll hinbekommen und ich dann hier irgendwie rumgurke wie so eine Gurke. Ne? Oh, schade Banane! Hahaha! Schade Banane! Das reimt sich! Iiii! Das Blöde ist, wenn man in den Abgrund springt, dann nützen einem auch zwei Kongs nichts, dann ist man gefickt. So oder so. Ist ja auch nur logisch. Wäre ja ein bisschen doof, wenn ich dann auf einmal aus dem Abgrund wieder herausspringen würde. Das würde so ein bisschen komisch wirken. Oh, oh, das sieht gut aus. Jetzt darf ich nur keinen Fehler mehr machen. Jesus Maria, jetzt weiß ich, da kommt der ja da. Ah! Jawoll! Ey, das lief einigermaßen gut, Freunde der Sonne, ohne Witz. Das war jetzt gar nicht so schlecht, der Loren Crash mit Ausrufezeichen. Goldige Buckel. Ja, so ein bisschen was Goldiges kann ich jetzt gut gebrauchen. Ah, erstmal ganz kurz einen Schluck Tee nehmen. Das hat mich doch ganz schön überstrapaziert. Ich hab doch Hochdruck. Bluthochdruck. Ja, ja, Donkey Kong, lass mal den Harten raushängen. So, was sind das eigentlich für moosbewachsene Kisten? Äh, Fässer. Ich sag immer, Kisten, Fässer, das verwechsel ich sowieso andauernd. Oh, der Affe hat einen Reifen. Affe, Reifen. Kann man ja auch im Zoo immer gerne beobachten, dass Affen gerne mit irgendwelchen Autoreifen herumspielen. Beziehungsweise, dass ich reinlegen und sich dann, äh, also nicht, äh, Keks freuen. Was mach ich da gerade? Ja, ja, Reifen. Oh, scheiße. Na ja, gut. Muss ich den mitnehmen? Das sieht irgendwie nicht so aus. Warum hüpfen die auch rum wie abgespackte Frettchen? Was soll denn der Scheiß? Ja, abgespackte Frettchen. Da kenne ich eine Person, die heißt so Abspeck, äh, Abspackfrettchen. Also auf YouTube. Macht auch Let's Plays. Thema, äh, anderes Thema, egal. So. Ja, komm. Na, komm. Wenn du tanzen willst, dann tanz. So, den Reifen lass ich mal hier, den brauch ich doch scheinbar gar nicht. Was ist das eigentlich für eine komische Farbe, die die Wespe jetzt hatte? Liegt vielleicht ein bisschen auch an der dunklen Atmosphäre in dieser Höhle, dass die Wespe mal eine komische Gesichtsfarbe haben? Die kriegen halt das Sonnenlicht nicht so allzu oft zu sehen. Ich meine, das muss ja auch ein Job sein, so als Donkey Kong Country Boss. Also als Gegner, der einen sich in den Weg stellt. Ich meine, du bleibst den ganzen Tag auf einer Stelle, bewegst dich hin und her und wartest darauf, dass du irgendjemanden töten kannst. Sprich, einen von den Kongs. Das ist tatsächlich ein total trister, langweiliger Job. Und dazu werden sie gezwungen, diese armen Geschöpfe Gottes. Ist das nicht traurig? Ja, man muss auch ab und zu mal ein Herz für die Bösewichte einer Videospielwelt haben. Das ist ganz wichtig. So, Mittelpunkt ist gut. Oh, den brauchen wir. Den brauchen wir. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den brauchen. Darum holen wir uns direkt einen neuen. Wo ist denn der neue? Ne, komm, leh. Hallo? Ja, ich schluch. Ich komm rüber und dann mach ich die Schmesser oder sowas von hart, dass Harkar nicht mehr sieht, was du bist. Dass deine Ärzte, wenn die Autopsie machen, Autopsie, dass die nicht mehr wissen, wer du warst. Und dann reiß ich dir die Zähne raus. Ja, wenn man jemanden unkenntlich machen will, dann ist es auch manchmal auch ganz schlau. Da spreche ich aus Erfahrung, dass man auch das Gebiss rausnimmt. Denn anhand der Zähne kann man eine Person auch identifizieren. Also Leute, wenn ihr plant, Serienmörder zu werden und nicht erwischt werden wollt, dann solltet ihr an dieses kleine Detail doch bitte denken. So, was haben wir denn da? Bitte macht das nicht. Oh ja, ein Frosch, den ich nicht kenne, dessen Name mir nicht bekannt vorkommt. Ist auch egal. Ist mir auch scheißegal, wie der heißt. Das ist auch Jackie wie Hose. Der kann von mir aus... Ich nenne ihn einfach Fritz und wenn er anders heißt, ist jetzt Fritz. Fritz, du altes Luder, du. Nein, Froschi, Borschi. Oh nö. Oh mein, oh mein, oh mein. Wir waren Freunde fürs Leben. Ich erinnere mich an die guten alten Zeiten. Damals in den 50ern, als wir uns kennenlernen. Als auch alles schwarz und weiß war. Sogar die Erinnerung. Ach man. Oh. Oh. Alter Falter. Jetzt renne ich aber durch wie auf Speed, wa? So, wenn der Pfeil da ist, ist man fast vorm Ende. Na, das ist auch... Das war dämlich. Da laufe ich mit dem Kopf in seine Beine rein. Das war echt ein bisschen blöd. Das muss ich ganz ehrlich gestehen, dass das nicht so besonders schlau war. Das war nicht besonders taufrisch, sagen wir es mal so, ne? So. Ja, bisschen kratzen, ne? So. Gehen wir da hoch. Ja, klar. Als wenn sie auf mich gewartet hätte. Und in der Wirklichkeit entspricht das durchaus der Realität. In einem Videospiel. Realität. Hä? Was? Nein. Also in diesem Part, äh, hab ich auch wieder ganz komische, äh, Sätze, die ich hier am formulieren bin. Ich weiß selber nicht, was ich ausdrücken möchte. Ich weiß gar nicht, was ich euch mitteilen möchte. Vielleicht könnt ihr das ja... Weiß ich nicht. Ihr kennt doch in der Schule sicher so Buchinterpretationen, die man früher machen musste, hä? So weiß ich nicht. Könnt ihr ja mit mir auch machen. Könnt ihr ja versuchen, ob ihr da irgendwelche hochwissenschaftlichen Analysen hinbekommt. Da oben ist doch was. Habt ihr da auch was flackernd sehen? Müsst ihr mal drauf achten. Wenn ihr mal wieder zurückspult. Da oben hat irgendwas geflackert. Ich weiß auch nicht was. Ah, ich muss ab und zu mal was trinken. Mein Hals ist immer noch ein bisschen katastrophal. Oh, wie süß! Seine Luftblase! Ei, ei, ei. Na ja. Seine Farbe ist eher giftig anmutend. Ich glaube, der ist auch giftig, der Frosch. Ich versuche ihn jetzt einfach mal zu behalten. Man kann damit nämlich auch die Wespen töten. Was mir eine riesengroße Genugtuung verschafft, diese Wespen einfach zu eliminieren. Ach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil ich das finde. Wespen. Ich habe übrigens gesagt, dass ich eine Allergie habe. Habe ich im Grunde nicht. Ich sage immer, dass ich eine Allergie habe. Weil wenn ich eine Wespe sehe, in freier Wildbahn, dann renne ich vor den Dingern weg. Panische Angst habe ich. Scheint mit einem Kindheitstrauma zusammenzuhängen. Und wenn ich dann sage, ich habe eine Allergie und ich werde ganz... Ich kriege richtig Probleme, wenn ich gestochen werde. Dann ist es deutlich glaubwürdiger, warum ich so panisch reagiere. Und die Leute sind weniger schockiert, was für ein Baby ich doch bin. Deswegen sage ich immer, ich bin allergisch dagegen. Ich meine, da darf man mir nun wirklich kein Hehl draus ziehen, ne? So. Ihr würdet doch dasselbe tun. Okay, das ist einfach nur, um Bananen zu bekommen. Ja, warum auch nicht? Leben sind Leben und Leben brauche ich ganz dringend. Lalalala. Lalalala. Aber da ich das jetzt lauter gestellt habe, könnt ihr die Musik wahrscheinlich besser mitfühlen. Und das war es auch schon mit diesem Part. Den goldigen Buckel haben wir erfolgreich absolviert. Und weiter geht's zur Ruckzucksstation. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin, euer Akkus. Tschüss.